und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir leute heute ist heiligabend und heute gibt es ein kleines weihnachtsspezial auf meinem youtube kanal nämlich eine 10 euro playstation karten verlosung was müsste denn tun um diese 10 euro playstation karte die natürlich neu und ungeöffnet ist zu gewinnen erster schritt ihr müsst dieses video liken zweiter schritt ihr müsst meinen hauptkanal und meinen zweiten kanal abonnieren und dritter schritt ihr müsst irgendetwas nettes in die kommentare schreiben und ich werde dann am zweiten weihnachtsfeiertag oder an dem tag nach dem zweiten weihnachtsfeiertag also sprich am 26 oder am 27 dezember werde ich dann die auflösung drehen ja also das heißt ihr habt drei tage zeit um mitzuspielen und ich werde am 31 12 also am neujahrestag oder ja halt entweder am 31 12 oder am neujahrestag werde ich dann noch diese fünf euro google play karte verlosen aber dazu kommen wir wie gesagt erst dann und ja beide karten sind natürlich neu und ungeöffnet ich zeige es euch auch noch mal hier bei der google play karte genau und ansonsten liebe leute bleibt mir noch zu sagen ich wünsche euch eine schöne weihnachtszeit frohe festtage lasst es euch gut gehen feiert schön und ja ansonsten vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich oder gebt mir ein postiges feedback und bis zum nächsten mal macht's gut leute